herzlich gegrüßt zum heutigen audio und ja ich werde heute einfach nur sprechen und für all diejenigen die eine visuelle bindung benötigen die werden wahrscheinlich ganz schnell abschalten und das ist auch in ordnung für mich ich habe mir die frage gestellt beziehungsweise möchte ich heute darüber sprechen was ist gut und was ist schlecht wir haben unsere glaubenssätze und je nachdem wie wir denken und wie wir etwas beurteilen das löst emotionen in uns aus und das beeinflusst wie wir uns fühlen wenn wir also etwas als gut empfinden dann fühlen wir uns gut und wenn wir etwas als schlecht empfinden dann fühlen wir uns wahrscheinlich schlecht ich habe dazu mal ein beispiel und zwar die frage sind schmerzen gut oder sind schmerzen schlecht die meisten menschen würden spontan sagen schmerzen sind schlecht weil sie sind unangenehm ja sie sind unangenehm aber mein beispiel eine herdplatte die herdplatte ist an und man fest mit der hand auf die herdplatte variante 1 man empfindet keine schmerzen was passiert man empfindet keine schmerzen man fühlt sich nicht schlecht die hand liegt auf der heißen herdplatte sie bleibt wahrscheinlich einen moment liegen sie verbrennt unter umständen verbrennt sie so stark dass sie nie wieder heilen wird sie ist kaputt variante 2 ein stechender schmerz durchfährt deine hand sehr unangenehm was passiert du nimmst deine hand sofort weg du hast wenn du glück hast leichte verbrennungen das tut zwar weh aber nach einer weile ist es wieder verheilt und du kannst deine hand verwenden frage was ist gut und was ist schlecht sind schmerzen gut oder sind schmerzen schlecht ich würde ja sagen schmerzen sind gut weil sie ihren grund haben sie haben ihre berechtigung in dem fall beschützen sie dich davor dass du deine hand verlierst und das lässt sich aber auch auf ganz viele situationen im leben beziehen wenn etwas schmerzhaft ist dann soll das uns was sagen wir sollen darüber nachdenken vielleicht sollen wir etwas ändern vielleicht brauchen wir diesen schmerz um aufzuwachen und um etwas zu verändern und veränderung birgt das potenzial für wachstum und deswegen ist schmerz auch der größte katalysator für veränderung würde ich einfach mal behaupten oder behaupte ich einfach mal ein anderes beispiel aus meiner eigenen erfahrung mein erlebnis ich bin eines morgens joggen gegangen und auf dem weg umgeknickt ja ich bin dann noch weiter gejoggt und das ging auch ganz gut fahre dann noch mit dem auto nach hause und nach zwei oder drei stunden fängt mein fuß an richtig doll weh zu tun richtig doll ja am ende so doll dass ich gar nicht mehr auftreten konnte also ich konnte auch meine wohnung nicht verlassen ich konnte nirgends hingehen ich bin entweder auf dem anderen bein durch meine wohnung gehüpft wenn ich etwas brauchte oder so wenn ich mir zum beispiel also ich habe dann nicht mehr viel gemacht an dem tag außer auf meinem sofa zu sitzen und mein bein zu kühlen und salbe drauf zu schmieren und ich habe auch in hochfrequenzstab mit dem ich das selber behandelt habe also quasi energetische unterstützung und ansonsten dann brauchte ich zum beispiel etwas zum trinken dann bin ich in die küche gegangen habe mir da irgendwie meine getränke gemacht auf ein tablett und dieses tablett habe ich dann vor mir her geschoben und bin auf allen vieren durch meine wohnung und das über 24 stunden weil der schmerz so schlimm war dass ich nicht auftreten konnte warum war der schmerz da der schmerz war da um mir zu sagen bewegt dich nicht bewegend nicht deinen fuß also im sinne von der körper spricht mit mir und er sagt mir dein fuß ist kaputt ich möchte das reparieren bewege deinen fuß nicht deswegen hat der fuß immer richtig doll weh getan wenn ich aufgetreten bin das habe ich aber dann auch nicht gemacht weil ich also so wehtat und ich wollte auch keine schmerzmittel nehmen und das ende vom lied war dass ich tatsächlich dann nach über 24 stunden wieder auftreten konnte ich bin auch zu keinem arzt gegangen es war auch gar nicht mehr so dick ich glaube ein bisschen dick war es noch aber auf jeden fall konnte ich auftreten ich konnte vorsichtig gehen natürlich war ich mit allem anderen sport und so dann erstmal noch eine ganze weile vorsichtig vor allem weil ich auch tanze und die drehungen sind natürlich überhaupt nicht gut dann ich weiß nicht vielleicht habe ich ein zwei wochen nichts gemacht fakt ist dass ich nach diesen hoho 24 stunden wo ich wirklich gar nichts machen konnte aber das halt auch nicht gemacht habe weil ich mir eben nicht schmerzmittel eingeworfen habe um das zu unterdrücken sondern ich habe auf meinen körper gehört und der hat es geschafft in der zeit das zu reparieren und in dem fall sage ich auch danke dass ich die schmerzen hatte weil dadurch konnte der fuß einfach mal schneller reparieren wenn ich mir jetzt hätte schmerzmittel eingeworfen dann hätte ich vielleicht auftreten können aber mit jedem mal auftreten hätte ich ja wieder das kaputt gemacht was der körper gerade geheilt hat ja also in dem moment schmerzen gut signal vom körper gut so und jetzt ist die frage wo in deinem leben empfindest du schmerzen und dann fragte ich was können die diese schmerzen sagen was kannst du verändern was solltest du verändern was ist falsch an der situation ja genau das ist meine botschaft für heute ganz frei wenn du jetzt noch da bist und ich dich nicht gelangweilt habe dann herzlichen glühstrumpf ich hoffe dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte vielleicht manchmal mehr über die dinge nachzudenken die dir so in deinem leben begegnen und mein motto ist es gibt keinen zufall und wenn dich etwas triggert hat das immer einen grund und du darfst sie die frage stellen warum in diesem sinne wünsche ich dir noch einen tollen tag bis bald ciao